Fans der Royals feiern ein Hochfest und Frauke Ludowig ist sozusagen die Zeremonienmeisterin. Hallo Frauke. Hallo. Fufis Film und Fernsehen in Serie heute mit den britischen Royals, vor allem mit Prinzessin Diana, die am 1. Juli dieses Jahr geehrt wird. Was wird denn dieser 1. Juli für ein Tag für England, Frauke? Es wird auf jeden Fall ein denkwürdiger Tag, da bin ich mir ganz sicher. Und vielleicht wird er tatsächlich unterschiedlich, vielleicht wird es auch ganz, ganz viele traurige Menschen geben, die sich nochmal in die Situation von damals hineinversetzen, in die Situation, als sie starb, nach diesem schrecklichen Unfall, nach dieser Tragödie in Paris. Und vielleicht, das wäre zumindest zu wünschen, wird es auch ein Tag, der für die beiden Söhne, Harry und William, vielleicht am Ende doch auch ein Neuanfang werden kann. Und vielleicht dann eben doch auch ein bisschen mit Glück verbunden. Vielleicht raufen sie sich wieder zusammen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wenn die Mutter noch am Leben wäre, sie hätte es geschafft, ihre Söhne wieder zu vereinen. Sie ist aber nicht mehr da und ich glaube, gestern wie heute wird diese Mutter den Söhnen fehlen, William und Harry. Es wäre wirklich wünschenswert, dass die beiden es trotzdem vielleicht auch über diesen Geburtstag, vielleicht über das, was da an dem Tag in London passiert, wieder zueinander finden. Das wäre natürlich schön, aber ehrlich gesagt, ich finde, so sieht es nicht gerade aus. Denn William und Harry halten beide eine Rede, aber getrennt voneinander. Das ist ja jetzt nicht zwingend ein Zeichen der Ernährung. Ich habe auch gehört, beide werden separat eine Rede halten, vielleicht auch einfach, um nochmal deutlich zu machen, wie die jeweilige Sohn-Mutter-Rolle war. Und das scheint ja unterschiedlich verlaufen zu sein. Also gerade Harry hatte ja wohl unheimliche Probleme mit seinem Vater Charles. Und insofern ist das vielleicht auch der Grund, weshalb William manches heute nicht so verstehen kann, warum Harry so agiert, wie er agiert, warum er mit der Familie nach Kalifornien gegangen ist. Nachdem ich die Bänder gehört habe, kann ich das jetzt ein bisschen besser verstehen. Aber vielleicht hat einfach auch jeder seine Perspektive und will deshalb auch eine eigene Rede halten. Trotzdem, glaube ich, ist es die Chance, dass die beiden, vielleicht auch jetzt auf unterschiedlichen Kontinenten lebend, trotzdem irgendwie wieder zusammenfinden. Vielleicht nicht mehr in dieser Enge, wie Sie es mal hatten. Sie haben eben jetzt jeder die eigene Familie, aber das wäre natürlich schon wünschenswert. Du hast gerade schon die Tonbänder angesprochen, die existieren. Die sind ja mehr oder weniger die Grundlage für das RTL-Spezial 60 Jahre Diana. Wer war sie wirklich am Donnerstag um 20.15 Uhr? Wie genau ist denn die wahre Geschichte? Die wahre Geschichte ist ihre Geschichte und die Geschichte, wie sie sie empfunden hat. Und die ist in Teilen wirklich so, dass sie mich als Frau wirklich bestürzt hat. Und wenn man sich vorstellt, was Diana damals mitgemacht hat im Königshaus, hinter den Palastmauern, im Kensington-Palast, an der Seite dieses Mannes, der sie offensichtlich nie geliebt hat, wie verzweifelt sie gewesen sein muss, wie alleine. Und das in dem Alter, sie war so jung, 19, 20, 21, wahnsinnig jung. Das ist schon sehr, sehr traurig, wenn man das heute hört. Und ja, man sieht eben, nachdem man sie jetzt auch gehört hat, ihre Stimme gehört hat, sie doch nochmal mit anderen Augen. Wenngleich ich trotzdem auch sagen muss, es ist vieles sehr, sehr bewundernswert, weil sie hat sich da alleine rausgestrampelt. Sie hat eben nicht gesagt, ich nehme das alles so hin. Ich bin zwar jetzt Prinzessin, ich lebe hier mit teuren Kleidern und teurem Schmuck im Palast, sondern sie wollte frei sein, wollte selber was auf die Beine stellen, hat ihre eigenen Charities gehabt, hat ihre Söhne zu selbstständigen Jungs erzogen, war eine Mode, eine Stilikone, war für viele, viele Frauen ein Vorbild, hat sich nach der Scheidung wahnsinnig befreit gezeigt, hat sich das genommen, was sie wollte, unter anderem Männer. Ich glaube, das wäre genau so weitergegangen. Die hat ein ganz modernes Leben gelebt und auch aus diesem Grunde, nicht nur, weil es sowieso ganz dramatisch und tragisch ist, wenn jemand auf diese Art und Weise so jung stirbt, aber auch das wäre sehr, sehr spannend gewesen, was wohl aus ihr geworden wäre. Dein Tipp, was wäre sie heute, wie wäre sie heute? Ich glaube, sie wäre eine natürlich gealterte, aber immer noch sehr schöne Frau. Die hat ja immer sehr viel Wert auf ihre Optik gelegt. Ich glaube, dass sie ganz eng mit ihren Söhnen wäre, das war sie ja damals schon. Das waren ja auch diese Bilder, die sie zu dritt hat machen lassen, sie mit Harry und William. Und ich glaube, dass sie sicherlich sehr, sehr frei und unabhängig leben würde. Prinzessin Diana, ihr Mythos bleibt halt einfach unsterblich und Frauke Ludowig begibt sich auf die Spurensuche, trifft auf persönliche Tondokumente und enthüllt, warum die größten Schwächen zu einem Jahrhundertsskandal führten und wie sie bis heute das Königshaus verändert haben. Das RTL-Spezial 60 Jahre Diana, wer war sie wirklich, gibt's am Donnerstag, 1. Juli um 20.15 Uhr bei RTL.